Wieso wie aus dem Zirkus? Ich weiß, sowas hab ich mir auch bestellt. Für 50 Euro und dann war die scheiß Pappkornmaschine so groß! Wir filmen heute... Nein, nicht filmen. Wir fotografieren heute Felix, er ist Foilkiter. Und das ist Felix hier drüben. Und Foilkiten, das ist so eine krasse Kitesportart, wo man so über Wasser spielt. Da hat es eine Schlaufe gebildet und die ganzen Finger oben abgeschnitten. Der Boje ist schon weit, ne? Ja, ich kann auch vorher proben. Das wäre schon geil. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Man merkt, dass kein Sohn mehr ist. Ja geil. Ja, gerne. Ich habe Zimt, aber hier ist es schon der Ort. Jeder weiß nicht. Big Red, der Kaugummi mit Zimt-Geschmack. Der Rote ist die Rote, ne?